Was haben wir gesagt? Ne, mit Sauer verlegst du dich durchschieben Heckruto Weiß ich nicht mehr, wie es so gut ist, wie es so geht Boah Ist es wohl mit dem Kopf nicht Stützt der oben ab? Heckruto ist tot, der geht runter Braucht nicht noch Feuer, das ist nur Munition Okay, ich hab nicht mehr so viel Munition Okay, reicht eigentlich noch So, für jeden Panzerwohn die Ziele Die Ziele wo sie hin sollen markiert Das heißt für M1-3 Am besten Über Süden anfahren Also außerhalb der Zone lang fahren Durch den Wald